Ich hab den Schritt draußen. I'm watching you. Gerade deine Tasche noch so am Ende drauf. Also da wo hier so zu geht. Ja ja passt. Ich hab deinen Schritt nicht drauf. Carsten! On und off kämen wir Quatsche. Und und off kämen wir Quatsche. Ich hab hab. Alles egal. Ich hab hab. Ja verwackelt. Man sollte jetzt eigentlich die Kamera mal umdrehen. Du weißt wofür Fack im... Kann man nicht sehen. Ich reih das mal aneinander. Fapp, 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 fapp. Das ist doch... Niemand sagt was, aber Männer verstehen's. Das ist eine schöne Postgame-Show. Doch. Damit ist alles gesagt. Halalala. Ne Postgame-Show. Nörgel hatte ziemlich schwer. Vor allem mit den blauen Würfeln. So im Nachgang, ne, bin ich so ein bisschen überlegen. Du hast die Würfel mitgebracht. Und du hast zu mir gesagt, nimm mal die blauen. Ja, weil die Orangen im besten passen. Aber ich hab mit denen auch schon drauf gespielt. Und eigentlich sind die gar nicht verkehrt. Du hast viele Fünfer-Saves rausgebracht. Das ist richtig, ja. Also am Würfelglück war's nicht. Wir haben vorhin schon diskutiert auf Camp. Dadurch, dass ich Mea Culpa, Mea Maxima Culpa nicht vertan hab, dass es kein Sturmkanon, sondern nur der Volta ist. Weil ich ja den Land Raider vorher noch getauscht hatte. Da wären bestimmt ein, zwei Herbugs noch stehen geblieben, wenn sie nicht geflohen wären. Aber wir haben jetzt gerade so richtig den Kohlfett gemacht. Nein. Hätt's jetzt auch nicht. Nein, nein. Ich hab ja alles abschmieren lassen, was abschmieren konnte. Alles ist auch noch in die Luft geflogen, mit Warschuhl. Du hast aber auch Pech gehabt mit dem Helldrag. Weil der Multimeter kam ja, wäre ja erst noch gekommen. Ja. Lustig, die Last kam, ne, die jinklig nicht. Ja. Gut, bei dem Wurf wär auch jinklig gar gewesen. Äh, ja. Ja, dann wäre ich ja zweimal würfen können, aber das hätte er auch. Nee, kannst du nicht zweimal würfen. Ich hätte doch mal... Der Demons Rafe ist ein Rettungswurf. Richtig, ist ein Rettungswurf. Du musst dich für den besten Schutzwurf entscheiden. Ja, ja. Das ist natürlich Pech. Und dann kommt natürlich auch noch wieder die Sechs. Natürlich. Natürlich. Ich mein, im Helldrag Jinken bringt ja auch immer das Problem mit sich, dass er danach, wenn du den Bayflame hast, nutzlos ist. Dann macht er nichts mehr. Nee. Und gerade wenn Marines auf dem Feld sind, das ist ja sein Jagd, seine Beute. Ja. Na, aber Nurgle wird noch Revanche bekommen. Aber da sieht man, finde ich ganz schön im Vergleich, einer der ältesten Kodizes noch. Ja. Mit einem der, ja, ich sag's jetzt einfach mal schwächeren, geupdateten Kodizes. Die Blood Angels sind ja vor den Netcouns gekommen. Kein Formationskodiz. Eigentlich ist es mehr oder minder Pari. Ja. Ich hab jetzt einfach nur mal Todes Company gemacht, weil ich wollte mal die Black Tide bringen. Ja. Und du hättest auch ein bisschen Glück gehabt. Ja. Also meinen Land Raider hast du quasi in die Luft gejagt mit den Sachen, mit denen ich deinen hätte auch in die Luft jagen können. Ja. Und... Das war schon okay. Ja, war schon... Ich mein, wir haben auch vorhin oft keine Chance. Zwei Land Raider bei der Entdeckung, die sich mit Last Cars verschießen, ist leider auch... Ja. Minder spannend, ne? Das war schon so. Zapp, zapp, zapp. Da muss ich vielleicht die ganz alten unter euch, vielleicht kennen die noch unter DOS aus dieses Gorilla-Spiel, da musstest du zwei Koordinaten eingeben und da waren so zwei total schlecht animierte Äffchen, die haben sich versucht mit Bananen abzuschmeißen. Und dann... Nee, nee, nee. Boah, da bist du aber mal. Und dann schmeißt der Nächste ab. Nee, bumm, dann nee. Und sowas war das auch gerade so. Wir haben jetzt nicht mit Bananen gespielt, sondern mit Laskerbeschuss. Ich hab... Mich erinnert das eher an das C64-Game Barbarian Games. So die Olympischen Spiele nur... Mit der großen Axt, oder? Ja, nee. Also die Olympischen Spiele der Barbaren mit Katzenweitwurfen. Achso. Wo zwei Barbaren auf dem Podest stehen und sich mit Axt... Du kannst die Axt hoch, mittel oder niedrig werfen. Und du kannst da halt dann entweder mittig ausweichen, tief ausweichen oder hoch ausweichen. Und dann bewirft man sich halt, man wär als erster von der Axt getroffen und wird halt gespaltet. Und so war's hier auch, ne? Ja, ja. Ja gut, ich merk, zwei Land Raider auf dem Feld bei 1200 Punkten. Tja, da ist klar, was das Primärziel des Land Raiders ist. Der. Land Raider. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ach nein, das war okay. Ist okay, ich hab Widerstand hoffentlich vergessen. Da hast du mich netterweise daran erinnert. Gut, das gleich karma-technisch vielleicht ist so ein bisschen aus mit der Stumpelung, oder? Genau. Grundsätzlich Nurgle muss ich noch ein bisschen ausbauen. Und komm nochmal. Was ich schön fand war, dass Blood Angels auch mal ein bisschen die Muskeln zeigen konnten, die... Ja, auch mal, auch mal was reißen konnten. Ja, das mich gefreut hat. Und gleichzeitig, was ich auch ein bisschen schade fand, war, dass Typhus so schnell deinen Warlord eingeätzt hat. Oh, das war so schade. Hättest du den Rettungswurf verpasst, dann hätten sie sich beide so... Ja. Ja. Das also... Ihnen den Waffen zu erfangen, Grund zu erfangen und gegenseitig einen Tag auseinander geschnitten. Das ist nämlich immer... Eigentlich ist das immer... Ähm, also... Wir machen ja hier... Das sind ja Friendly Games. Das ist ja kein Turnier. Wir führen doch keine Rangliste, wer wie... oft geschlagen hat. Ähm... Sonst ist das immer... Zauder ich immer meinen Warlord gegen einen anderen Warlord in Nachkunft zu schicken, weil... Es passiert halt immer das, was passiert. Die beiden töten sich gegenseitig. Dann stehst du da, beide kriegen einen Punkt für den Warlord-Kill... Ja... Das waren meine 165 Punkte. Schade. Ja. Aber meine waren nur 165 Punkte. Meine waren nur 230. Echt? Typhus sind nur 230. Also wenn du die Demon Redman rausnimmst, finde ich den so viel besser gar nicht. Ähm... Der hat seine Spezialfähigkeit nicht zünden können, weil der ja die ganze Zeit da irgendwo in der Gegend geheiert ist. Aber normalerweise kann der noch... Von denen erzählst du, ich komme! Der kann auch noch ein ziemlich... Oh, davon ich komme! Eine coole Nova kann ja noch starten, wenn der mitten im Nachkampf ist. Da rumst der mal ganz ordentlich rein und dann... Der Duck hat eigentlich schon ganz gut rum. Also, jetzt mal abgesehen von Typhus, finde ich, hat nochmal wieder gesehen, dass die Todes-Kompanie, selbst wenn der Codex ein bisschen genervt worden ist und auch die Todes-Kompanie, ist immer noch eine der besten Nachkampseinheiten im Spiel. Die sind ganz ordentlich, ja. Wobei... Carsten guckt skeptisch. Beim Zähne, du bist die beste Nachkampseinheit im Spiel. Ja, Carsten. Stell dir mal vor, du... Pflanze über den Tisch. Carstens Moda. Einfach auf den Tisch. Carstens Moda ist die beste Nachkamp-Einer in dem Spiel. Ey, jetzt guck mal, wer er da ist. Ja! Ja! Hey Tobi! Was denn? Du redest nichts, ne? Du weißt ganz genau, ja. Deine Moda-Witze, die sind nie persönlich gemeint. Ich weiß. Die sind immer nur auf deine Moda-Witze. Ich habe mir überlegt, wie mein Hund stellt für 750 Punkte. Egal. Der hat ein paar Sonderattacken. Durchfallen in den Gesicht. Schön. Aber dann ist dir schon klar, wenn der dann einfach auf Nörgel drauf macht, dann bekomme ich mehr Lebenspunkte. Ja, deswegen wäre der eigentlich besser für dich gewesen. Ja. Der kann auch erbrechen. Ja. Auch da freut sich Nörgel. Ja. Dann wäre das Spiel ganz anders aussage. Ganz anders. Ganz anders. Ähm. Vielleicht vorweg. Neues Jahr 4DK-Welt-Report. Das ist der dritte 4DK-Welt-Report in Folge. Hm. Ne? Das ist jetzt der dritte 4DK in Folge gewesen. Für nächste Mal, wo wir was anders bringen. Mhm. Und da kommt schon der erste Jahr raus, von Abkauf 16. Ja. Ja. Wir diskutieren intern noch, was wir nächste Woche bringen. Mhm. Ähm. Es gibt Ideen im Raum. Aber... Ja. 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 Jetzt sind wir doch wieder 40.000. Ja. 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 Ja, Carsten, der malt schon so viel 40K an und nächste Woche kann er nicht... Carsten. Ja. Schneller. Ja, ja. Schneller. Du sollst doch kein 40K spielen. Watt. Du sollst bemalen sollst du. Mann. Und halt die Kamera ruhig und die ist schiefe. Wie geht's mal trinken? Ich weiß, aber dann passt das besser. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit dem Better Report hattet. Lasst wieder eure Kommentare drunter. Bitte fordert uns heraus unter herausforderungen-at-spiele-bude.com und bis zum nächsten Mal sagen wir immer schön weiter rutschen!